Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Folge Minecraft OneBlock. Wenn euch das ganz gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ja sogar ein Abo freuen. Und ja, es hat sich einiges verändert. Wir haben unsere Minecraft OneBlock Welt ein bisschen umgebaut, damit das Ganze einfach ein bisschen sicherer ist. Wir haben eine richtige Baumfarm gebaut, damit wir einfach immer genug Holz haben. Und eigentlich wollten wir auch in dieser Folge die Nether-Folge machen, aber dann hatte Julius ein paar Internetprobleme und deswegen haben wir es dann lieber gelassen, bevor er dann da irgendwie mit seinen ganzen Materialien im Nether stirbt. Ja, aber ich würde sagen, ich halte euch auch nicht länger auf und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Ini, Ini, der große Augenblick ist gekommen. Komm und guck. Ein Baum? Ja. Hier sind die ganzen Werkzeuge getreten, dann guck mal hier hinten. Ui, 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 das ist cool. Halt, dass die so ein bisschen das Einzelne haben. Ui, 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 ui. Dann hier halt so. Geil, das ist cool. Das ist nicht so geil. Ja, ich weiß. Ähm, dann halt hier ein paar bisschen Zaubertisch mit 15 Bücherregalen. Reichen 15? Nee. Wie viele müssen es denn sein? Also wir müssen das hier noch einmal so. Was ist denn das, 15? Hast du da auch gefordert? Ich würde hier nochmal zwei hinsetzen, aber hier ein. Okay, alles klar, ja. Das können wir dann ja gleich machen. Moment, hier, ich glaube, ich glaube, man muss hier auch nochmal drei oder so. Also er saugt sich ja schon ein bisschen was raus, aber noch nicht genug. Aber wie viele brauchen der denn immer ungefähr so? Also wie viele brauchen... Eigentlich, äh, 27. 27! Yo. Okay. Ich hab geguckt und das war der Efe. So, guck mal. Dann hier hinten die Farben. Wir haben einfach alles auch erstmal umzäunt. Ja, sehr gut. Das kann nichts mit dem selben Holz. Ah, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben Massen an Holz und jetzt, guck, das Dorf an. Das große Dorf. Wir haben so viele Dorfbewohner gezeugt. Ah, der ist der Erstgeborene. Äh, der ist der hier. Ja, die haben keinen Namen. Wir haben keinen Namensschild da. Ah, geil. Dann hat man hier jetzt zwei Baumplantage. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Mhm. Hast du schon die Knie gesehen, oder? Ja, ja. Das war es eigentlich schon dann auch. Wollen wir den, wollen wir den Golem nochmal töten? Können wir machen. Ja. Also, dann kriegen wir ein bisschen Metall. Aber ich würde heute die große, äh, Never-Folge machen. Heute noch? Dann haben wir zufällig irgendwie unnötigen Steinen. Ich nehme ganz kurz Erde. Ja, wir haben so viel Erde. Also, da kannst du gerne so viel verbrauchen, wie du erstmal willst. Also, eine Axt irgendwo? Ja, danke. Bestimmt, ja. Ich mache nochmal ein paar Bücherregale. Also, wahrscheinlich drei wären es. Äh, Enderman, Enderman, zwei. Zwei, 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 zwei. Ja, ist runter. Also, wir brauchen halt auch Ender-Schmölz, äh, Schmölz, ne? Oh, wir haben zwei Ender-Drei Ender-Perlen. Das ist sehr nice. Gib, gib die mal her, bitte. Gib die mal schnell her, bitte. Julius, bist du da? Was macht denn der da? Ach, man. Okay, dann mache ich Ender-Augen, ne? Mhm. Dann machen wir eine Ender-Truhe zufällig. Was bringt das? Naja, eine Truhe, wo wir Ender-Sachen rein tun. Ach so, nee. Ja, doch, die End haben wir. Doch, 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 doch. Ich hatte eben eine Frage. Aus dem Lohnstab mache ich Lohnstaub, ne? Glaube ich, ja. Warum liegt der da? Siehst du das? Vor allem, was will er hier überhaupt? Nein, der liegt. Ja. Der liegt in den, also, was? Wollen wir dann mal ins Nether gehen? Ich paare noch mal ein paar mehr Dorfbewohner, ne? Oh, weg, 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 weg. Die paaren sich vielleicht gleich. Haben wir Leder? Zum siebten Mal kühl einfach diese Scheiße kühl. Nee. Wir haben genug eigentlich. Ich mache uns mal Eisenrüstung, ja? Aber wir haben richtig viele von den Viechern. Darf ich uns Eisenrüstung geben machen? Ja, darfst du. Guck mal, ich habe jetzt hier alles. Also, jeder könnte sich jetzt Rüstung machen, könnte uns nether gehen. Ja. Können uns auch Dierschwerter machen, aber es ist halt natürlich Risiko. Ja, aber alles Risiko. Oder Goldschwerter. Ja, aber Goldschwerter bringen nichts. Lieber Eisen. Okay. Dann stelle ich uns Eisenschwerter her. Genau, Eisenschwerter und für jeden zwei Steinspitzhacken. Wir brauchen auf jeden Fall jeder eine Axt, also eine Steinaxt. Einer sollte vielleicht aber auch eine Metallspitzhacke dabei haben, oder? Oder brauchen wir das gar nicht? Nee, wenn wir jetzt zwei Eisen... Ich habe jetzt drei Steine. Vielleicht nimmt es einer von uns eine mit. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja, meine ich doch. Also, dass halt einer eine mitnimmt. Ja, ja, ja. Einfach zur Sicherheit. Hat jemand noch Blöcke? Ich nehme Türen mit. Okay, dann könnten wir theoretisch schon los, wenn ihr so weit seid, ne? Ich nehme auch ganz kurz Blöcke mit. Habt ihr genügend Essen dabei? Also, ich habe ein paar Pilzsuppen dabei. Hat jemand noch Erde für mich? Ah, hier ist Erde. Ja, aber wir nehmen dir mal irgendwelche anderen Blöcke sonst mit. Nee, ich nehme Erde. Wir haben da genug von. Wir haben da noch ein komplettes Stack. Los geht's! Die große Reise beginnt. Hilfe, ich bin schnell. Ich brauche mich nicht schnell. Weil du diese Landwirte verhandeln hast. Weil wir das vielleicht schon anders machen. Okay. War es anders machen? Wir waren anders machen, meine ich. Ja, kann machen. Warte, 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 warte. Ich weiß nicht, wie Julius... Jetzt ist auch mein Weh, dann wird Ultra weit. Dann lasst aber, dann packt aber die Sachen weg. Die Sachen, die ihr habt. Ja. Jeder packt einfach seine Truhe. Mein Tour ist voll. Ich mache eine neue. Hier ist irgendwas. Wahrscheinlich wieder... Ah, das ist eine Schalker-Truhe. Nein. Nein, nicht. Echt jetzt? Ich glaube ja. Ich gucke aber mal. Warte. Holt den Bogen. Ja, es ist eine Schalker-Truhe. Ah! Nein, ich fliege, ich fliege, ich fliege, ich fliege. Ähm, hier ist Obsidian. Ja, warte, ich hole dir, Spitzhacke. Ich habe die Spitzhacke. Achso. Weil ich nur gesagt habe. Achso, na gut. Daneben nicht. Wir haben zwölf Enderaugen. Schön. Das ist ja auch jetzt schon die letzte Phase, ne? Boah, wir haben es bald durchgespielt. Hat jemand Lust, ein paar Dingsbums umzulegen? Was? Kühe? Ja. Das Leder würde ich dann gerne nehmen. Das Leder nehme ich dann, ne? Boah, und genau zuerst. Aber bitte nicht die, bitte nicht die normalen Kühe, ne? Mein scheiß Axt ist Arbeit. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen Bäume fahren, oder ob wir jetzt einmal flafen. Äh, nein, wir spawnen eh keine Monster. Also wenn schon, dann haben wir halt verschissen. Ja, ja. Ich habe nochmal vier Bücherregale. Wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, fünfzehn, äh, 21. Wir haben jetzt 22 Bücherregale. Kann man die auch oben dran packen, so als Decke? Wie? Ah, das sehen die scheiße aus, naja, oder nicht? Habt ihr gerade unter mir den Block weggebaut? Oh, Leute. Ich hab eh nie studiert. Das ist das, was ich brauche, wenn ich so in den Baum fällen muss. Da guck mal, da oben ist noch ein Ding. Ja, ja, ich hab keine Axt mehr. Das ist das Schlimmste, du arbeitest mit anderen Leuten. Und dann wird man auch noch verbessert. Ja, natürlich. Kannst du mir mal das Holz geben, was du bekommen hast? Äh, jo, kann ich mal. Wir brauchen noch eins, zwei, drei. Okay, wir haben eigentlich, wir müssten jetzt theoretisch genug haben. Das war's auch schon mit dem Video. Und wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ja sogar ein Abo freuen. Und checkt auch gerne meinen Twitch-Kanal und Discord-Server ab. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssi! Tschüssi!